Oh, 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 so, wie war das? Hier kommt Feuer, hier kommt so eine Kugel. Muss ich denn irgendwas Bestimmtes hier? Ne, ich glaube nicht, ne? Irgendwas Bestimmtes machen, beachten, whatever. Aber anscheinend nicht. Na, erstmal einen Moment abwarten. Oh Gott, hier, puh, hier kommt direkt überall. Da mal eine Stinkblüte hin, da mal was aufhalten. Und den dann da hin. Habe ich jetzt alle Reihen abgedeckt? Ja, ich setze dich mal eben, dich mal eben hoch. Also, ich muss gestehen, ich habe die Felder hier noch nicht hundertprozentig kapiert. Ich darf da nichts drüber pflanzen, das ist soweit schon klar. Aber irgendwie... Ja, weiß ich nicht, hundertprozentig kapieren tue ich es nicht, was das den Zombies hier antut. Aber wir setzen den da hin. Da noch eine Sonnensumme. Geht hier ganz schön fix, habe ich das Gefühl. Oh, oh, warum kommt der denn? Ah, der wird überrollt. Okay. So, hier mal eben voll stinken, da kommt schon die Fallschirme. Halt den mal eben auf. Ich habe ein paar wenige Sonnen, ne? Warte, die Befürchtung. Ich pflaster hier einfach alles mit Pflanzen und dann hoffe ich, dass es passt. Ich setze dich mal... Ja, toll. Ich hoffe, die kurz anstinken. Aufhalten. Da noch einigen. Aber für so viele werden eigentlich die hier um einiges besser. Ja, das Problem ist... Ich kann hier gerade nichts machen. Oh, shit. Ah, die hier wären so viel besser, aber ihr seht, ich kann da nicht wirklich was machen. Die sind extrem blöd platziert. Nee. Okay, diese Gewelle von Zombies. Ich gehe direkt wieder hin. Unten aufbauen. Gut, dann pass auf, geht die Reihe hier durch. Oh! Nein! Sehr schön. Okay, also wenn die Zombies da drauf trampeln, wow, wenn die Zombies drauf trampeln, dann werden die Fallen auch ausgelöst. Dann müsste er hier jetzt... Ah! Sehr cool. Ja, schön, dass ich das auch mal kapiert habe. Einmal Spezialdünger und das ist die letzte Welle. Nutze den mal bitte hier. Halten wir da was auf. Du wirst überrollt. Das ist wundervoll. So, so viele aufgeschlagene Zelte. Das müsste noch passen. Gott, ich kann nicht nochmal da hinsetzen. Ich hoffe, du bist nicht weggefressen. Ja, sehr schön. Hat noch gepasst. Dann setze ich dich mal einfach da hin, damit ich ein paar mehr Sonnenloch bekomme. So, damit es vielleicht schneller geht. So, die nächste raus. Ich komme da hin. Und nochmal da hin. Sehr schön. Das ist schon weg. Dann haben wir nur noch das hier unten. Ihr kommt da jetzt zu Hunderten raus. Ja, das darf ja wohl nicht wahr sein. So, geht mal noch Sonnen. Halt die nochmal auf. So, Kopf ist weg. Beziehungsweise Köpfe. Und das Zelt ist auch weg. Ja, schön. Oh, ein neues Kostüm. Vielleicht ein neues Kostüm für eine der neuen Pflanzen. Das wäre schön. Und? Ach ja. Ach ja. Ganz süß. Ja, Werbung. Nehme ich ja sowieso sehr selten mit, diese Pflanze. Ich glaube, das ist eine Orange, oder? Glaube schon. Oh, nein. Oh, nein. Warum denn? Ich würde mal gerne wieder die Drachenmolchen mitnehmen. Dich eventuell zur Not. Dich eventuell zur Not. Ja gut. Wehblatt. Pupsbohne. Ich weiß ja nicht. Dich und Dich und Dich und Dich. Und dann war es das schon. Wenn ich bei den Kirschen bleibe, dann war es das schon. Dann haben wir keinen Platz fürs Wehblatt. Melonen. Die kosten leider immer so viel. Ich überlege, ob ich den hier weglasse. Also ich finde nämlich, Roter Stachler schießt mit voller Kraft. Ja. Ich muss sagen, ich finde hier, wie heißen die nochmal? Ach, das ist die A-K-E-E oder A-K. Die finde ich um einiges besser. Hm. Roter Rübe. Ich weiß nicht. Also die Kirschen hätte ich echt gerne zur Not. Und? Was habe ich jetzt nicht? Den hier. Ach, wisst ihr was? Ich mache das so. Ich habe meine Drachenmäulchen. Die sind ganz gut. Und dann hoffe ich, dass das so passt. Gut. Ich habe jetzt hier hinten keine Goldfelder. Aber dann muss ich die einfach relativ schnell hier füllen. Ja, mal schauen. Drei Wellen. Okay. Da kommt schon Nummer eins. Ich stink dich hier mal direkt voll. Weil es vielleicht auch logischer wäre, wenn ich jetzt mal ein bisschen warte, ne? Dass da vielleicht noch einer hinterher trottet. Den wir dann auch noch mit voll stinken. Aber nun gut. So. Ich würde gerne... Na, die 175 kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, um sie da hinzusetzen. Das schafft er dann nicht mehr. Dann mache ich das doch lieber so. Jetzt mal aufmachen wir auch nochmal so zusätzlich. Da oben kommt schon einer und da kommt auch einer. Du stinkst jetzt den noch voll. Das war nicht ganz so klug. Ich mache mal hier eben zu. Ich muss den mal hin. So. Stinken wir dich voll. Bekommen Sonnen dafür und wir setzen dich hin. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon überall Sonnenblumen. Das ist gut. Und jetzt hätte ich die gerne überall. Ja, bei der Lady ist jetzt das Problem. Die Lady... Pusche mal auf. Wir machen das so. Die ist echt doof. Wenn ich dich noch zusätzlich voll stinken... Jawohl. So, da brauche ich dich. Sollte ich vielleicht hier unten ein bisschen was setzen? Ja, da kommen schon die Wiebellen. Wehblatt habe ich ja leider nicht dabei. Dich noch hier hin. Ich muss dich mal voll stinken, bitte. Mh, da oben. Das könnte kritisch werden. Oh ja. Das mal aufmachen. Immer so. Bevor der mich in meine Sonne geklaut. Wir machen das so. Der da frisst auch rum. Ach Mann. Ich muss mal eben kurz sprengen. Die alte. So, jetzt muss hier oben wieder was hin. Und in die Mitte muss ein bisschen was. Mal auf, eben kurz einen davor setzen. Da kommt der Schaufeltyp. Das gefällt mir gar nicht. Überhaupt gar nicht. Und die blöden Opas sind auch wieder da. Power. Sehr nice. Oh nein, einer lebt noch. Einer lebt noch. Das darf doch nicht wahr sein. Und da kommt schon der Große. Da haben wir noch ein Drachenmolchen hin. Mh, Mann. Der blöde Kleine. Nicht den Vollstinken. Ja, aber... Ganz zu viel bringt das auch nicht. Oh, da oben. Da oben, da unten. Pflanze, Pflanze, Pflanze. Irgendetwas. Wäre total super. Ja. War eine blöde Idee. Ganz blöde Idee. Oh, der ist tot. Sehr schön. Setz dich dicht dahin. Dicht dahin. Hier machen wir eben zu. Ja, Opa, da brauchst du mir gar nicht meine Sonne... Ey, weg mit euch. Nein! Da käme noch ein großer... Oh Gott, bin ich doof. Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Aber das ist die letzte Welle. Dann lasse ich den unten durch. Ich kümmere mich hoffentlich ein bisschen um den hier oben. Nur ein bisschen. Opa, hör auf, mir meine Sonnen zu klauen. Komm schon. Hilfe! Nein! Ich brauche Kirsche. Ich brauche die Kirsche und die lädt noch auf so lange. Lass ich den nochmal? Oh shit. Oh shit, nein! Nein! Jetzt gebe ich mein ganzes Geld aus. Kirsche! Bam! Bam! Hau rein! Komm, töte die denn nicht! Komm, töte die Kirsche denn nicht! Oh, Opa ist tot? Nein! 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 Ich glaube... Nein! Shit! Ich glaube, das ist das allererste Level... Ja, ihr könnt mich mal... Ja, nee, das bringt's nicht. Ich glaube, das ist das allererste Level in dieser Welt, was ich nicht auf Anhieb schaffe, oder? Das erste oder vielleicht das zweite. Alles bis jetzt lief relativ gut. Und ich glaube, meine Pflanzen waren auch gar nicht so doof, die ich mitgenommen habe. Hm. Hm. Okay. Okay, okay. Wenn ich dich weglasse... Warum habe ich hier den komischen Kreis gerade, der nervt? Wenn ich die weglasse... Und stattdessen... Was nehme ich stattdessen mit? Ich mag ja auch die Paprikatapulte immer noch. Ich mag auch die rote Rübe immer noch. Ja gut, das kann ich sowieso alles knicken. Boxer und so. Das ist egal. Melone wäre super. Aber ich hatte gerade schon so ein Sonnenproblem. Dass ich glaube, die wird mir nicht ganz so viel bringen. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal das Paprikatapult mit. Ja, komm. Machen wir mal. So, und ich hoffe, ich mache jetzt nicht wieder so einen dummen Fehler am Anfang. Vielleicht sollte ich nicht sofort die Stinkblüte setzen, wenn da der erste Zombie kommt. Ich meine, ich kann ja auch ein bisschen warten. Da kommt er nämlich schon. Okay, erstmal nicht die Stinkblüte setzen. Vielleicht bekomme ich ja auch genug Sonnen zusammen, dass ich hier gleich schon eine richtige Pflanze setzen kann. Aber, nee, ich habe die Befürchtung, dann schafft die Pflanze das nicht mehr. Ja, pass mal auf. Wir machen es mal eben kurz. So, dann setze ich nämlich dich. Huch. Dann setze ich nämlich dich dahin. Und dich direkt dahin. So, dich schafft das auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Und da kommen schon die nächsten beiden. Also, erstmal noch dich hin. Dann bei einem mal die Stinkblüte. Da kommen die nächsten Sonnen und du gehst dahin. So, dann habe ich die hier. Habe ich jetzt hier genug Zeit, da noch irgendwas zu setzen. Okay. Dich mal noch dahin. Für die alte brauchen wir ja wieder das hier, ne? Nein! Oh Gott, ich habe genau die falsche gesetzt. Ich bin auch ein Trottel. Für die alte brauchen wir natürlich die hier. Einen roten Stachler. Mann, dumm. Auf geht mir nochmal ein paar mehr Sonnen. Dumm, 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 dumm. So. Mist. Mist, Mist, Mist. Das war so blöde. So, so blöde. Schafft die das denn noch? Ja, hat sie noch geschafft. Na toll. Durch da hin. Durch da hin. Springen wir bitte da oben. Das wird mir gerade ein bisschen zu wund. Ich hoffe, der hier schafft das. Vermutlich. Ja, vermutlich doch. Nein, Stinkblüte falsch gesetzt. Nein. Boah, das ist ein hartes Level, oder? Oh, da kommt mir das gerade nur so vor. Ich muss das Wehblatt mitnehmen. Ich habe das Gefühl, ich schaffe das ohne Wehblatt nicht. Ja, ihr frest da schon rum, ne? Der erste große. Da haben wir jetzt nichts mehr und in der ersten Reihe. Hier oben sieht es auch ein bisschen kritisch aus. Machen wir direkt so. Das machen wir direkt so. Da haben wir nochmal Spezialdünger. Jetzt stehe ich einfach noch da hin. Das ist auch kritisch. Boah, Mist. Ne, ich brauche das Wehblatt. In der nächsten Runde nehme ich es mit. Springen bitte. Jetzt geht es nämlich schon los hier. Da ist die Lady. Und hier haben wir noch gar nichts. Ich setze jetzt einfach mal das Drachenmäulchen. Du kommst unten. Okay. Und das ist jetzt auch die letzte Welle, ne? Das heißt, wir müssen im Endeffekt... Nein. Wir müssen im Endeffekt nur auf die mittlere Reihe hier ein bisschen aufpassen. Alles andere kann durchgehen, soll von mir aus durchgehen. Ist mir ganz egal. Aber die mittlere Reihe nicht. Und da sind noch drei Stück. Davon einer mit Eimer. Okay, ich lasse die mal eben. Opa ist weg. Super. Der geht durch. Mittlere Reihe. Gut. Das passt aber, Leute. Das passt aber. Wenn jetzt nicht noch was ganz Dummes passiert... Ja. Dann passt es. Eieiei. Ja doch. Das war jetzt schon ein wenig härter. Und jetzt sind wir gleich bei Level 30. Und insgesamt nur noch drei. Dann kommt Doktor zum Boss. Und dann haben wir auch diese Welt abgeschlossen, die mir bis jetzt ausgesprochen gut gefallen hat. Muss ich sagen. Und ich dachte schon, die Eiswelt wäre meine Lieblingswelt. Aber nein. Die hier fand ich noch einen Ticken besser und vor allem auch einen Ticken leichter. Bis jetzt. Wer weiß, was da noch kommt. Und wer weiß, ob wir noch eine neue... Oh nein. 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 So was hasse ich am meisten. Diese blöden Schimmelpilz-Kolonien. Okay. Ich muss darauf achten, die Zombies dürfen drüber laufen. Nur ich darf nichts pflanzen. Das ist ja ganz gerne mal mein Problem, dass ich damit ein bisschen durcheinander komme. Also ich wollte das Wehblatt mitnehmen. Auf jeden Fall. So. Dann nehme ich dich, dich, dich. Ja, eigentlich alles wie immer, ne? Eigentlich alles wie immer mit Drachenmäulchen. Ja, gut. Schauen wir mal. Heißt, hier meine Pflanzen. Also hier meine Sonnenblumen. Und dann mal schauen. Wir haben zum Glück relativ viele Goldfelder. Das ist schön. Trotzdem mag ich diese Schimmelpilz-Kolonie-Level eigentlich sehr ungerne. Euer Ernst? Euer Ernst, dass ich das genau in die falsche Reihe gesetzt habe? Und dann auch noch... Ne, 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 Neustart. Ja, 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 Neustart. Das war so dumm. Warum setze ich das in die mittlere Reihe? Also genau dazwischen. Mann, dumm. Echt dumm. Ja. Das war nicht so klug. Auch gemein, dass direkt zwei von denen kommen. Und ich muss mir echt merken, bei denen den roten Stachler zu nutzen. Nicht die hier. Die bringen uns nämlich nicht. 1.300 Münzen. Gut, damit können wir nicht viel machen. So, dann dich da hin. Ja, wisst ihr, warum ich das gemacht habe? Ich habe das in die mittlere Reihe gesetzt, weil ich mir dachte, ja, so kannst du dir super aufhalten. Was natürlich totaler Käse war. Das war nicht ganz so klug. Und du bist jetzt sehr weit weg von deiner Heimat, wie es so schön heißt. Setzen wir dich da vor. Kommt, der Kleine mit Rucksack. Ich darf mich halt nur auch nicht verklicken, ne? Das wäre auch ziemlich blöde. Shit. Shit. Schafft ihr das noch? Ich bin mir nicht sicher, ob das da noch funktioniert. Weil die ja jetzt auch relativ, ja, weit weg von ihrer Heimat sind. Vielleicht stinken wir mal voll. Wisst ihr, was ich, glaube ich, mache? Ich finde das ein bisschen kritisch mit denen hier. Ich werde, wenn das jetzt nicht klappt... Oh Gott, da läuft das schon rüber. Na, fantastisch. Na, toll. Schicken wir den mal los. Du bist eh schon Kopfen und Malz verloren. Ich wollte sagen, ich werde, wenn ich das jetzt nicht schaffe, vielleicht mal versuchen, fast ausschließlich mit den Drachenmäulchen irgendwie zu arbeiten. Ich glaube, dass ich das Gefühl habe, die sind gar nicht mal so schlecht für dieses Level. Und alles andere ist so ein bisschen kritisch. Ich lasse mich ja alles weg, ne? Shit. Da kann ich nichts mehr retten. Und der läuft oben durch. Das Level ist vorbei, würde ich sagen. Das Level ist vorbei. Ja, gut, der Spezialdünger bringt mir jetzt auch nichts mehr. Obwohl. Ja, wir spielen nochmal weiter. Denn die Rasen... Ach, ne! Quatsch, der läuft ja durch. Ne, klar, ist vorbei, Neustart. Ich dachte jetzt gerade, wir haben ja noch die Rasenmäher. Und jetzt gleich wäre die letzte Welle gekommen. Aber, ne, da oben war ja schon alles weg. Okay. Also was ist, wenn ich echt versuche, fast ausschließlich die Drachenmäulchen zu nehmen? Die sind relativ günstig, decken drei Reihen ab. Der Schaufeltyp kann sich nicht dagegen schützen. Zumindest glaube ich das. Und dann würde ich nämlich... Pass mal auf. Du kommst auf jeden Fall weg. Eventuell nehme ich noch die Kirsche mit. Rote Rübe-Zwirbel. Okay. Okay, ich versuche das jetzt so. Ja, miss. Bei dem Level hier hätte ich jetzt tatsächlich noch ein paar Münzen für ein Power-Up gebrauchen können. Aber, ja, nun gut. So. Dich stinke ich da vorne voll. Hier setze ich ein Drachenmäulchen. Jetzt brauche ich aber ganz schnell eigentlich noch eins. Weil das hier packt es nicht. Das alleine packt es nicht. Setzen wir da einfach nochmal. Aber das wird es auch nicht rausreißen, oder? Nee. Auch das reißt es nicht raus. Sehr schön. Ich brauche nach wie vor natürlich Münzen. Darf ich nicht vergessen. So, dich hier hin. Der ist schon mal eingestunken. Okay. Da noch ein Drachenmäulchen. Da noch eine Sonnenblume. So, jetzt haben wir eine Sonnenblume weniger als normal. Der schützt sich nicht dagegen, ne? Der schützt sich nicht dagegen. Gräbt aber natürlich aus. Das ist ja logisch, aber trotzdem mit dir. Sehr gut. Da kommt noch ein Drachenmäulchen hin. Sehr gut. Das haben wir gesprengt. So, da kommt einer mit Eimer. Oh, den mal eben einstinken. Noch ein Drachenmäulchen hin. Mal auf, gib mal Power. Die nehme ich erst mal alle weg. Sehr schön. Da noch einen hin. Oh, da oben. Oh, 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 oh. Da oben ist es gefährlich. Setz jetzt den trotzdem. Ach man, jetzt habe ich auch kein Geld mehr hier für Kirschen. Beziehungsweise, oh nein. Ja, geht durch. Ich hätte jetzt gerne Kirschen. Der geht auch durch. Hm. Hm. Der klaut mir auch die Pflanzen. Das sehe ich jetzt erst. Der Sack klaut mir auch die Pflanzen. Ich weiß gerade nicht wirklich, was ich machen soll. Ich habe keine Pflanzen mehr. Okay. Eine Pflanze. Ich habe gerade tatsächlich eine Pflanze. Ich denke die mal voll. Ich habe gerade keine Pflanze. Ach doch, eine noch. Was zur Hölle tue ich hier? Was? Nein, ich habe aus dem Bild geklickt. Nein. Was zur Hölle tue ich hier? Ja. Nein. Was zur Hölle tue ich hier? Das war so gut. Ja. idency eine Pflanze bit. Vielen Dank.